Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Montagmorgen und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in diesem neuen Jahr. Letzte Woche hat ja der Jan für euch die Aufnahmen eingesprochen, ab jetzt bin ich für fünf Tage für euch da. Ja, was habe ich für Themen für euch mitgebracht? Die CES geht langsam dem Ende zu und wir haben natürlich noch einiges an Themen aus dieser Reihe. Zum einen Fission 4.0, dann haben wir, dass wir den Jan freuen, Xiaomi. Dann geht es über zu GoPro. Wir haben etwas eine App Finder for AirPods, die verschwunden ist. Google kommt jetzt doch noch an die Apple Health Daten ran, sofern ihr das möchtet. 20 Milliarden wurden verdient. Nokia 6, Samsung Gear App für iOS und Runtastic Pro iOS aktuell kostenlos zum Download für all die mögen und schnell sind, logischerweise. Ja, gehen wir zuerst mal zum Fission 4.0. Eigentlich, mein Vater fischt so seit einigen Jahren, möchte er mir das Fischen beibringen. Ich glaube, in Zukunft werde ich das, weil der Power Ray oder die Firma Power Ray hat ein Power Vision vorgestellt. Eigentlich machen die Drohnen so in Eierform und allen möglichen coolen Formen, Faktoren, was auch immer. Jetzt haben sie mit dem Power Vision einen Roboter gemacht, mit dem ihr ins Wasser gehen könnt und Fische erspähen. Ja, ich wüsste schlaueres anfangen, als mit dem Fischen zu gehen. Ich würde mal die ganzen Schweizer Seen abfahren und da ein bisschen schauen, was man da unter Wasser alles so filmen kann. Mehr dazu, wie immer, bei uns auf daily.geektalk.ca entsprechend verlinkt. Das gilt natürlich auch für die ganzen anderen Themen. Ja, an der CES hat Xiaomi vorgestellt, einen neuen Fernseher, der Mi TV 4. Und ich glaube, leider muss ich an der Stelle schon wieder abbrechen, weil wie immer, wenn der Jan mit so einem Thema kommt, es ist wieder mal nicht für Europa. Gut, es ist beruhigend, auch nicht für Amerika mit dabei, aber dennoch ein schöner, randloser und ultra, ultra dünner Fernseher, der anderen Hersteller zeigt, was man eigentlich so machen könnte oder wie man es machen könnte. Und wie ist es wie immer, ja, das Teil kommt nicht nach Europa, ich könnte heulen. Oder eben, ich beachte Xiaomi einfach weiterhin nicht, wenn sie so weiter tun. Dann haben wir es mit GoPro, wenn es mal das Karma zerstört ist. Ja, die Drohne hat ja nicht wirklich viel Ruhm sich erklommen. Dennoch will GoPro weiter an verschiedenen Drohnen arbeiten. Was da noch alles kommt, haben wir euch einen Artikel von The Verge verlinkt zum Nachlesen bei uns in den Shownotes. Ja, hier ist kräftig auf dem Vormarsch, nachdem das sie mit Intel und diversen anderen Firmen Kooperationen gemacht haben, verstärken sie jetzt auch noch den Ausbau mit Nvidia. Das freut natürlich nicht nur diejenigen, die auf das Kartenmaterial von hier setzen, sondern auch auf die Automobilhersteller, die damit angeschlossen sind. Also autonomes Fahren und 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 alles drumherum kommt immer näher und immer interessanter. Dürfen wir also gespannt sein. Ja, es geht keinen Monat rum, in dem nicht irgendwie Apple ganz böse ist, weil sie wieder mal eine App aus dem Store verbannt hatten. Aktuell geht es um die Airpods, um die beiden Dinger, die wir in einer Gadget-Folge im Geek Talk hatten, wo der Jan und der Achim so extrem begeistert sind von den beiden. Und da gibt es eine App, wenn ihr das Teil verloren habt oder einer oder beide oder wie auch immer verloren habt, könnt ihr die über die App eigentlich suchen. Apple hat die App jetzt verbannt. Weshalb, wissen wir natürlich nicht. Entwickler ist sauer. Medienrummel ist wieder mal groß. Es gibt ihnen mal was zu schreiben. Ich denke, die werden gegen irgendwas verstoßen haben, was nicht ganz so ist, wie man es hätte sein sollen. Aber ja, Zeit für Apple, das Ganze offiziell einzureichen über die eigene App. Dann haben 20 Milliarden, wie angekündigt, das waren die Einnahmen, die die Entwickler von iOS-Apps generieren konnten. Also die 70% der Verkäufe von Apps. Schon heftig. Und wenn man dann noch den ersten Tag im Januar anschaut, mit 240 Millionen der erfolgreichste Verkaufstag ever. Schon genial, was da abgeht im App Store. Und keine doofe Idee, die Apple damals hatte, es so umzusetzen und schlussendlich zu machen. Ja, da ist, denke ich, noch einiges mit drin. Wenn wir gerade bei Apps sind, es gibt wieder mal ein Google-Kalender-Update. Und darüber holt sich Google, sofern ihr das möchtet und das freigibt, eure Apple-Health-Daten ab. Schon spannend, wie es Google immer wieder Wege findet, um Daten aus eurer iOS-Krake rauszuholen. Also von dem her, wer es braucht, aktivieren. Ansonsten vorsichtig sein. Es ist Google. Die wissen viel und wollen immer noch mehr wissen. Ja, in den letzten zwei Wochen habe ich mein Review zu der Samsung Gear S3 fertig gemacht oder finalisiert, besser gesagt. Hätte eigentlich diesen Montag heute online gehen sollen. Wird es eventuell noch, vielleicht auch nicht. Hängt davon ab, weil ja, vor eineinhalb oder zwei Jahren hat Samsung versprochen, sie bringen die App für iOS raus, dass die Gear S3 und Gear S2, also die ganzen Geräte, eigentlich auch mit iOS kommunizieren können. Haben sie jetzt eben eineinhalb Jahre, zwei Jahre lang nicht gemacht. Und genau gestern, vorgestern am Samstag, dem 7. Januar, haben sie das getan. Und somit muss ich natürlich das Review ein bisschen überschreiben. Aber ja, was tut man nicht alles als Gadget-Liebhaber? Ich bin sehr gespannt und werde natürlich auch die iOS-Geschichte genau testen. Ein Review dazu könnt ihr sehen. Link kommt natürlich bei uns in die Show Notes. Und zusätzlich werde ich auch einen Link zu einem kleinen Video, was ich dazu gemacht habe, noch online stellen. Es wird wohl März, bis es soweit ist. Aber dann kommt das Neue, das Nokia 6. Nach Gummistiefel, einem normalen Telefon und dann Haarbürsten mit WLAN macht Nokia jetzt wieder einen auf Telefon. Das Ganze kommt mit Nougat. Nee, nicht verklebt. Obwohl, wenn ich mir das Design so anschaue, könnte es auch ein bisschen verklebt sein. Ja, 250 Dollar soll das Teil kosten. Für das schaut es extrem sexy aus. Gut, es sind Rendering-Pictures, was man da im Video sieht, was wir verlinkt haben. Aber zumindest schaut das Ganze mal interessant aus. Technik, die drin ist, ja, das hat mittlerweile jedes Telefon im ähnlichen Preisbereich oder, ja, so in dem Dreh rum. Da können sie niemanden aus dem Ding holen. Dazu kommt, Deutschland, Schweiz, Österreich, so wie es ausschaut, schaut da in die Röhre. Denn für die gibt es keine Gummistiefel. Äh, neue Telefone mit Android von Nokia. Aber mal schauen, wo es hingeht. Und als kleiner Schlussding noch, Runtastic. Wer die App nutzt und noch nicht die Pro hat, sollte schnell zuschlagen. Denn zumindest auf iOS gibt es die Runtastic Pro App aktuell kostenlos zum Download. Also zuschlagen, wer sie noch nicht hat. Und die anderen ab aufs Sofa. Auch da ist es schön, gemütlich. Und wisst ihr was? 4 Uhr, Montag, der 9. Januar. Nee, ich gehe nochmals kurz schlafen. Das hat keinen Sinn, so früh aufzustehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Und ja, euch ganz viel Erfolg. Bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.